Es dauert ewig damit, so lang zu laufen, ne? Merkt ihr so? Jeder glaubt, was er recht hat. Es gibt keine guten oder bösen Menschen. Nur solche, die für oder gegen dich sind. Was ist das für eine Ansicht, Squall? Ich hab sie nicht mehr gesehen. Oh, nein. Interessante Perspektive, meine Freunde. Ja, nun. Warte, ich bin ganz leicht verwirrt. Was soll ich denn hier machen jetzt? Hallo? Ist überhaupt nicht auffällig. Alter! Wo denn hier? Jetzt seh ich die wieder nicht. Also, wir müssen ja da stehen, hat sie gesagt, ne? Hat er gesagt. Hä? Ich buggel. Sieht echt witzig aus, aber es bringt mich nicht weiter. Ach, Leute, kommt schon. Ist nicht auffällig. Ist das vielleicht Buggy? Guck, guck. Wir sollten doch da warten. Oder bin ich jetzt blöde? Ich warte jetzt einfach. Ich warte jetzt mal genau so lang. Ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Aber wir sind schon bei 44. Sollte also gleich vorbei sein. 255. 255. 556. 57. 58. 59. 60. 60. 50. Nö. Noch gar nichts. Scheiße. Wir drängen da nach vor hier. Ich kapier's nicht, Freunde. Ich kapier's nicht, Freunde. Kann ich hier einen Mini-Punkt treffen, oder was? Ist doch verbuggt. Hau ab. Da steht ja schon da 1,22, ne? Bin ich jetzt immer noch da? Ich mach's wieder bei 0. Okay. Also, reset it. Hä? Ähm, ich guck gleich im Internet nach. Also, über mein Handy im Internet, weil ich kapier's grad nicht. Was soll ich machen? Was soll hier warten, das Team? Ich drück hier alle Knöpfe. Okay, ich schau kurz im Internet nach Sekunde. Also, über mein Handy. Ich glaub, der Typ ist oberst Carway, ne? Oberst... Ich mach kurz Pause für die Zeit. Carway... FF... Acht! Mein Handy will ich laden. Ah, jetzt. Hier, Komplettlösung. Ich will nur den einen Teil gucken. Sekunde. Hier. Hier. Spendung. Ach, Gott. Wir müssen da noch gar nicht hin, wir müssen erst das andere Team zum Triumphbogen begleiten. so eine scheiße aber auch die mission braucht man keine drei leute werden jetzt hier fest bleiben dann seid ihr an der reihe wir gehen einfach mal rein ist das echt hochlaufen oder was hier müsste es doch gar nicht lang verstehe ich nicht ich bin hier ein häpter stelle um 20 uhr wird die parade im bogen hier passieren hast du noch mal in diesem zeitpunkt wird das pult bedient und das tor hinabgelassen nächstes ist somit in der falle jetzt können wir gehen nur habe ich es auch verstanden ich hab mal das insitzen wieder so ich sollte mir mal die füße wahrscheinlich stinken hier ist eure position eine frage ob es warum wir die hexe so eine auffällige parade durchziehen sie begibt sich zu ihrem neuen hauptsitz im galbadia garden deshalb will der galbadia garden also die hexe loswerden was geht los macht euch bereit ich werde in meiner villa sein viel glück also ihr läuft das zurück oder was interessant sel was ist christus ich war wohl zu grob zu grob ich werde mich bei rino entschuldigen rinoa ja wen denn sonst sel ganz ehrlich wen denn sonst was willst du machen dürften wir unsere posten verlassen bis 20 uhr ist doch zeit wartet hier auf mich aber warte doch alle gehen mit war ja klar koppeln wir schon diese christus ist gekoppelt und sel wie auch das kriegen wir schon hin falls einer ich habe irgendwie das gefühl ich sollte alle koppeln mach aber glatt kriegt einfach sel wir machen das ganz einfach truppe sel den schmarrn von ihm hier dann passt es schon hä das wollte gerade irgendwie nicht geht wir laufen einfach oberst carway hinterher hä ich komme nicht drauf ah jetzt minimal boogie ich speichere mal kurz falls was passiert was passiert speichern bei einem feld ist ja 8 steckplatz 1 speichern die wir sind alle gekoppelt und gehen das da rein was jetzt ab aber bald wird es draußen hektisch hier bist du aber in sicherheit verpiss dich wird mich einsperren wenn ich will schaffe ich es auch wir sind gerade 100 pro aneinander vorbeigelaufen oder es tut mir leid wegen vorhin oh fuck das ist jetzt äh ein bisschen blöd war aber irgendwie abzusehen das war die kacke aber auch was ist das für ein vater mal ganz im ernst was ist das für ein vater so seine Tochter äh Tochter zu behandeln ist doch unmöglich der oberst äh ich glaube wir sind zwischen die fronten geraten das ist sehr sehr schlecht ich mach mir Sorgen um Rinoa was wird hier gespielt Rinoa ist wahrscheinlich allein zur Hexe gelaufen sie wollte uns helfen ähm äh toppe ich trau hier im spiel alles zu gerade ich mach das mal so ich mach das mal so gebt ihr mal ein bisschen Heilung nicht voll aber zumindest ein bisschen was wir speichern nochmal jetzt wird's spannend hab ich das Gefühl wir sind nur mit Rinoa unterwegs so da drauf wir müssen ja dann nach oben kaum Sorgen Rinoa ein bisschen schneller ich bin zwar was bist du ne Frau oder was soll das hier werden ähm kein Seed ja das stimmt du bist kein Seed da hoch du brauchst ganz schön lang für die Scheiße hätte sie dir mal nicht die guten Pumps angezogen aber trotzdem ja passt die guten Pumps genau jeden Sprung muss man sich auch mal trauen so ja das ist ne Leiter und erstmal hoch da und dann da hoch was jetzt ich seh noch nix ich bin die Tochter eines Galbadianischen Obersts da jetzt mein Vater ihn untergeben ist wollte ich mich vorstellen ich hab hier ein Geschenk mitgebracht ach so wir müssen steuern das tat bestimmt weh ähm steuert sie uns an den Arm äh ich hab sie bewusstlos gemacht ernsthaft oh Idee Uncool Diese Videografik ist einfach geil Das sieht auch einfach geil aus gerade Da ist Präsident Dehling Da kommt sie Hey, das Mädel dort Ein Ohr? Es stinkt Es stinkt Ihr stinkendes Gesindel Seit Urzeiten Haben wir Hexen in einer Fantasiewelt gelebt Eine törichte Fantasiewelt Die ihr euch im Kopf ausgedacht habt Dunkle Kostüme Grausame Rituale In denen fromme Bürger geopfert werden Hexen Verbrennen das furchtbare Fruchtbare Land Und lassen die Erde zu Eis erstarren Schwachsinn Jetzt Wo die Hexen aus eurer Fantasiewelten Auf der Seite von Galbadia ist Glaubt ihr Dass ihr euch in Sicherheit biegen könnt? Wer von uns lebt in einer Fantasiewelt Umgeben von Illusionen I-Idea Was soll das? Idea Was soll das? Idea Die Realität schmeckt nicht so süß Die Realität schmeckt überhaupt nicht süß Was macht sie mit dem gerade? Ihr töricht das Volk Ich werde es euch zeigen Ein geiles Bild Hat sie gerade von den Augen vor allen Den Präsidenten getötet? Sie hat Versteckt euch nicht Hinter Versteckt euch hinter der Illusion Ich werde für euch tanzen In dieser Fantasiewelt Ich werde auf Ewigkeit tanzen Eine Hexe Die Furcht Und Verderben bringt Mit euch Erschafft sie den ultimativen Traum Leben und Tod Sind darin nur eine süße Illusion Die Hexe wird mit der Illusion Verschmelzen Und Galbadia Als treuer Untertane Mit ihr Hat sie gerade Echt den Präsidenten gekillt? What the fuck? Hexen brauchen Opfergabe Sie brauchen grausame Rituale Was ist denn hier los? Lol Macht sie die gerade lebendig? Sie gerade erwacht Das ist schlecht Das geht in die Hose Wir müssen Renua doch helfen Die Parade hat noch nicht begonnen Das Tor ist noch zu Das meinst du doch nicht im Ernst Squall? Sieht mal Es fängt schon an Wir müssen schnell hier raus Ok Erstmal umkoppeln Ich kann nicht koppeln Automatisches Sicherheitsschloss Das ist aussichtslos Was sagt er? Gut Ich weiß wie man hier rauskommt Tut mir leid Leute Boah Scheiß Panzerglas Ich weiß wie man hier rauskommt Ausgerechnet hier? Das ist gemein Gehen wir Wir wissen nur noch gar nicht wo es hinführt Wir können aber hier nicht rumstehen Kann ich jetzt koppeln? Danke Ok Truppe Sie kriegt das von ihr Ja Ok die anderen sind gekoppelt Stimmt Zauber Und raus hier Hier ist ein Speicherpunkt aber scheißegal wir kämpfen erstmal Mann Was ist das denn? Chance auf Erstock Was bist du denn für ein Vieh? Da kriegt man Engel Gib her Voll geil Erstmal Engel ziehen Das ist doch nicht so selten Ich weiß es gar nicht Autsch Brüder wir machen das Vieh die Sorsi kaputt Bist du mich verarschen Self Aua Der macht damage Alter wie das Vieh einfach ausweicht Gib mir jetzt schon hart auf die Nüste Ganz ehrlich Null Null Äh Feuer 66 Ja ganz toll Ähm Eis Die macht nochmal normalen Angriff 80 So wird das nix Leute Herzschmerz Was soll das jetzt heißen? Wait what? Hat der Das sah aus wie ein riesengroßer Penis So ne Schmarnsache aber auch Ist es jetzt tot? Ja Kletsch dir Sylvie den Penis auf den Kopf Ich krieg's nicht mehr Und das unter Herzschmerz verkaufen Alter Quist ist denn Elektra? Ich muss tatsächlich hier nochmal unterbrechen Das ist wieder die Session der Unterbrechungen Aber Wir sehen uns gleich wieder Sobald wir gespeichert haben Bis gleich Und dann